Ja hallo, ich bin der Wari und ich möchte euch ein Update geben zu diesem Kanal. WariMos Survival wird nämlich gelöscht. Nein, keine Angst, dieser Kanal bleibt natürlich weiterhin bestehen. Der wird sich nur ändern und zwar wird es auf diesem Kanal hier nur noch Videos geben, wenn es um Wildkameras geht. Es wird in Zukunft einige Videos geben, wo ich nichts sage. Das ist dann eher was für die Leute, die kein Deutsch sprechen. Da kommen dann nur Wildkamera-Videos für die Leute, die sich sowas gerne anschauen. Wildkamera-Reviews und Tests werden weiterhin stattfinden, Verlosungen auch. Aber es wird keine Wandervideos mehr geben oder was ich so nebenbei noch mache mit Bushcraft Survival oder was ich so in Indonesien alles vorhabe. Da will ich eine kleine Holzwerkstatt bauen und sowas alles. Kommt alles hier in diesen Kanal nicht mehr rein. Es wird dafür einen Zweitkanal geben, Wari on Tour heißt dieser dann. Und da kommen dann all diese Sachen rein. So, da läuft ein Retriever. Warum dieser Schritt? Ganz einfach, immer wenn ich Wandervideos oder Videos hochlade, die mit Wildkameras nichts zu tun haben, bricht mein Kanal regelrecht zusammen. Also werde ich natürlich auf diese Zuschauer eingehen. Denen, denen dieses Ganze nicht interessiert, die können dann auf den anderen Kanal schauen. Und denen, die es interessiert, die gucken dann weiterhin diesen Kanal. Ich denke mal, damit habe ich einen guten Mittelweg gefunden, um alle glücklich zu machen. Ich wünsche euch dann für das kommende Jahr alles Gute. Frieden auf der Welt hat ja dieses Jahr wieder nicht geklappt. Ich wünsche euch, dass ihr gesund bleibt, fit bleibt bis ins hohe Alter. Und wir sehen uns dann im nächsten Video. Ciao. Euer Wari. So, ich müsste dann auch noch ein neues Intro machen, oder? So, ich würde dann auch noch ein neues Video machen, um alle glücklich zu machen, um alle glücklich zu machen, um alle glücklich zu machen. So, ich würde dann auch noch ein neues Video machen. So, ich würde dann auch noch ein neues Video machen. Vielen Dank.